hallo das gambio abo modul generiert automatisch bestellungen anhand ihrer konfiguration für aboartikel oder artikel die zumindest im abo erhältlich sind damit das ganze wirklich automatisch funktioniert richten sie einen kronjob ein wie das beim provider hetzner in der konsole h funktioniert zeige ich ihnen in diesem video wir loggen uns zunächst ein in die konsole h wählen hier rechterhand die domain aus das webhosting und gelangen dann zu einer ansicht wie dieser mit der menüleiste einstellungen konfiguration und hier der kronjob manager jungfräulich sieht er so aus das wird nicht lange so bleiben denn wir klicken auf den hinzufügen button um zum formular für das anlegen eines neuen kronjobs zu gelangen als interpreter wählen wir die aktuelle php version unter der auch ihr gambio shop läuft zum zeitpunkt der dreharbeiten dürfte das in den meisten fällen php 7.4 sein den absoluten pfad zum skript beziehen wir aus dem gambio admin und zwar unter abonnements abos konfigurieren hier unten auf der seite kli wir kopieren den part beginnend ab dem slash bis punkt php das php hier am anfang brauchen wir nicht denn das haben wir implizit angegeben durch auswahl des interpreters also kopieren und bei skript absoluter pfad einfügen als intervall empfehle ich prinzipiell stündlich so dass stündlich auf neu zu generierende abo bestellungen geprüft wird und diese entsprechend generiert werden wir folgen hetzeners empfehlung das häkchen bei exklusive ausführung drin zu lassen um überschneidungen zu verhindern auch wenn bei stündlicher ausführung und vielleicht eine ausführungszeit von zwei sekunden maximal es nicht dazu kommen sollte durch klick auf speichern wird der kronjobs aktiv und die bestellungen gemäß ihren einstellungen ab sofort automatisch generiert fallet auf fallet auf auf flin fallet auf flin glück flin glück 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 Vielen Dank.